Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineva.com, schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst, schau dir an, welche Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben einen nagelneuen Gameplay-Trailer für Black Ops Cold War bekommen, bei dem wir zwei, drei neue Sachen mitbekommen haben. Der Gameplay-Trailer ist auf dem PC aufgenommen worden, in 4K-Auflösung. Dazu haben wir die Infos bekommen, was für PC-Anforderungen ihr an eure Hardware braucht, damit ihr Call of Duty Black Ops Cold War gut spielen könnt. Und was ihr hier auch im Image ein bisschen sehen könnt, ist, dass die FAMAS jetzt wirklich geleakt wurde, beziehungsweise offiziell von Treyarch, von Activision ja im Trailer gezeigt wird. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die FAMAS definitiv im Multiplayer ist. Es hätte mich jetzt in dem Call of Duty von Treyarch überrascht, wenn wir nicht wieder eine Burstwaffe in der Art gehabt hätten. Ich weiß gar nicht, wie sie in Black Ops 3 hieß. Da war es ja, glaube ich, nicht die FAMAS in dem Sinne, sondern die FR-556 oder so. Auf jeden Fall haben wir die FAMAS wieder dabei. Was wir ebenfalls sehen, die China Lake, beziehungsweise der China Lake ist da. Wer das nicht kennt, China Lake ist im Prinzip ein Granatwerfer, der zwei Granaten führen kann. Ihr schießt also, schießt ein zweites Mal, dann ist sie leer. Manchmal ist es auch so, dass man da so Kids für nehmen kann. Ich weiß natürlich nicht, wie das in diesem Game dieses Mal ist, wo man dann eine Granate reintun kann mit mehr Sprengkraft. China Lake ist also definitiv wieder da. Konnte man im Trailer und kann man im Trailer relativ gut sehen. Zu diesem Trailer haben wir ein Image bekommen, ein bisschen, es ist eine Mission. Exclusive Ace hat das gestern einmal angesprochen. Er konnte diese Mission schon einmal vorab sehen. Wir wissen über die Missionen an sich natürlich noch relativ wenig. In dieser Mission seid ihr euch von einem Helikopter ab und seid in Russland. Aber dort sind russische Spezialkräfte, die etwas aufgebaut haben, was aussieht wie ein amerikanischer Vorort. Mit so einem Diner links an der Seite. Und ihr müsst diesen Vorort, dieses Testzentrum infiltrieren. Seiner Meinung nach eine der besten Kampagnen, beziehungsweise eine der besten Kampagnen-Missionen, die wir im neuen COD haben. Ich persönlich freue mich riesig auf die Kampagne, denn in Modern Warfare zum Beispiel, die Kampagne, fand ich persönlich absolut beeindruckend und großartig. Dieser Trailer an sich hat uns nicht viel mehr Infos gegeben. Dafür aber der Investor Call von Activision fürs dritte Quartal. Wer das noch nicht mitbekommen hat, Activision hat verschiedene Investoren. Diese Investoren führen einmal im Quartal öffentlich, dann bekommen wir immer ein paar ausgespickte Infos von diesen Calls. Und die Investoren sprechen mit den Verantwortlichen von Activision darüber, was passiert, was ist der Plan, wie sieht es aus, bla 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 bla. Und hier haben wir dann die Info vom CEO von Activision bekommen, dass Warzone nicht mit dem Release von Black Ops Cold War am 13. November automatisch geupdatet wird, sondern dass wir die Integration zwischen Black Ops Cold War und Warzone erst irgendwann im Laufe des Dezembers bekommen. Er hat kein Angaben darüber gemacht, in welchem Dezember. Es kann also der 1. Dezember sein, es kann also der 31. Dezember sein. Zusammen mit dieser Integration wird dann auch der erste Season Pass bzw. die erste Season rauskommen. In Modern Warfare, wenn wir einmal zurückschauen, war es genauso. Dort hatten wir dann die erste Season irgendwann im Dezember und auch da ist Warzone erst gestartet. Das heißt, ihr braucht nicht darauf warten, dass ihr ab dem 13. und 14. November eure Black Ops Cold War Ausrüstung in Warzone benutzen könnt. Das wird erst 3 bis 7 Wochen später sein, je nachdem an welchem Datum wir im Dezember mit der Season 1 rechnen können. Weiterhin gab es dazu ein paar sehr interessante Informationen, die wir so noch nicht gewusst haben. Wir haben unter anderem, dass die Black Ops Cold War Beta, die ja zum Teil eine geschlossene war für Vorbesteller und zum Teil eine offene für Playstation, Xbox, PC, die meistgespielteste Beta aller CODs aller Zeiten war. Verwunderlich deswegen, weil die Marketingkampagne für Modern Warfare, so die letzten zwei Jahre bis zu dem Release davon, durchgängig überall war. Man konnte in Modern Warfare Plakate sehen, an Lymphas-Säulen, in diesen holographischen Autozeichen, überall. Und in Black Ops Cold War war eher das Gegenteil, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, es kann natürlich sein, dass durch Warzone und Modern Warfare viele neue Spieler zu COD gekommen sind, die jetzt automatisch dann die Black Ops Cold War Beta gespielt haben. Einer der Hauptgründe, warum so viele gespielt haben, ist, glaube ich, die Ernüchterung von relativ vielen eingefleischten Fans, die in Warzone bzw. Modern Warfare fast gar nicht gespielt haben. Und die aktuelle Zeit, ihr wisst, wir haben da draußen so einen kleinen Virus, der ein bisschen nervt. Viele Leute sind zu Hause, können nicht wirklich zur Arbeit, können nur kurzzeitig arbeiten, haben ein bisschen mehr Zeit zu zocken und zocken deswegen aktuell alles Große und Neue, was kommt. Weiterhin hat der CEO von Activision gesagt, dass wir alle unsere Waffen, jetzt müsst ihr aufpassen, die von Level 1 bis Level 55, 1 bis 55, Prestige, Leute, Prestige, alle Waffen, die wir in diesem Rang erspielen, können wir später von Black Ops Cold War auch in Warzone ganz normal benutzen. Das ist insofern erstmal nichts Neues, weil wir ganz genau wussten, dass wir die Möglichkeit bekommen werden, unsere Loadouts aus Black Ops Cold War in Warzone zu nutzen. Da muss man natürlich gucken, ob das mit den Perks nachher irgendwie noch das gleiche ist oder oder. Da wird sich ein bisschen was ändern, denn es wäre ja unfair, wenn es eine Feldaufrüstung gibt in Warzone, wo man Totenstille nehmen kann. Aber als Perk aus einem Loadout von Black Ops Cold War, man automatisch Totenstille dabei hat, wenn man es auswählt. Es wird sich da noch einiges zu mit Sicherheit ergeben, wir werden noch Infos dazu bekommen. Aber das Wichtigste war, dass er gesagt hat, alles was wir zwischen Level 1 und Level 55 freispielen. Er hat in diesem Statement nichts dazu gesagt, dass es gleichzeitig bedeutet, dass wir den Prestige-Modus, so wie wir ihn alle lieben und schätzen gelernt haben, wiederbekommen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, ähnlich wie sie in Black Ops Cold War in der ganz frühen Alpha-Version ja eigentlich das Radar hatten wie in Modern Warfare, nämlich ohne rote Punkte. Das haben sie ja bevor es veröffentlicht wurde, schnell wieder mit reingenommen, weil sie natürlich bei Modern Warfare mitbekommen haben, was für ein Shitstorm von der Community daraus entstanden ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie eigentlich geplant haben, mit diesen komplett verblödeten Season-Rankings oder Seasonal-Ranks weiterzumachen, wo ihr einmal bis Level 55 spielt, das bleibt dann immer und zu jeder Season wird das einfach nur zurückgesetzt. Ihr müsst wieder bis Level 155 spielen und kriegt dann ab Level 155 oder ab Level 100 diese komplett verblödeten, wie hieß es, Officer-Ranks oder irgendwie sowas. Einige von euch haben soweit gespielt, ich habe es mir einmal eingeguckt, ich fand es absolut dämlich. Ich möchte gerne einen Prestige-Modus wiederhaben, so wie wir ihn aus den letzten Jahren kennen. Level 1 bis 55, ich resette meinen Account, ich bekomme ein Icon dafür, als Dankeschön sozusagen. Was ich schon seit Jahren sage, ist, dass Call of Duty endlich mal anfangen sollte, uns fürs Prestige ein bisschen mehr zu belohnen. Dann fange ich eben mit meinem Standard-Basic-Waffen und Perks wieder an, spiele mich wieder hoch und kriege wieder mehr. Das normale Prestige-System wird in diesem Black Ops Cold War mit Sicherheit nicht so kommen, wie wir es kennen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eine Mischung geben wird, aus diesen Seasonal Ranks und dem klassischen Prestige, dass für jeden irgendwas dabei ist. Für mich soll das am Ende so in Ordnung sein, solange ich dieses Gefühl habe, dass ich Prestigen kann, Prestige 9, Prestige 10, weil ich jedes Mal dann, umso weiter ich spiele, einfach zeigen kann, ich habe so viel geschafft, ich habe so viel gespielt. Für mich selber sieht das einfach viel besser aus. Und ich mag die Prestige-Symbole, die geben irgendwie was Besonderes. Ich hätte mir schon seit Jahren gewünscht, dass man für jedes neue Prestige, was man geht, vielleicht eine Blutprint bekommt oder 200 COD-Points oder irgendwie sowas beim ersten Mal. Einfach noch einen weiteren Anreiz, dass man prestiget. Nichtsdestotrotz finde ich und hoffe ich, dass diese Lösung, die wir in Modern Warfare hatten, so nicht 1 zu 1 wieder kopiert wird. Ich hoffe, euch haben die Infos gefallen, Leute. Das war es schon von mir. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Genießt das Wochenende. Ich liebe euch. Ich liebe euch.